So, ein herzliches Hallo von der Ostseeküste. Ich bin heute wieder am Possilien sammeln und werde heute bis dort hinten versuchen zum Bunker zu gehen. Ich bin heute in Gustrow. Gustrow ist in der Nähe von Ahrenshoop auf Dars. Und eigentlich ist totale Windstille, aber wie man sieht, das Meer hat richtig Bock. So, und es geht gleich los. Und das hier sieht total aus wie ein Klapperstein. Und ich höre leider nichts, aber ich nehme den mal trotzdem mit, weil manchmal sind die auch ein bisschen verkeilt. Von außen sieht der nämlich absolut so aus, als ob der klappern müsste. Es gibt eben überall diesen Schaum hier. Und man könnte jetzt höchstens sagen, dass man ein bisschen nach Bernstein unter diesen ganzen Algen hier guckt. Oh, der sieht aber gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das ist, glaube ich, ein Schwamm. Ja, das ist ein Schwamm. Cool. Ja, den muss ich dann nochmal richtig in Nahaufnahme zeigen. Der sieht richtig schön aus. Cool. Ich habe jetzt schon ein paar Touristen hinter mir gelassen, und zwar hier. Mit der Watthose kommt man jetzt ein paar Meter weiter, aber eigentlich muss der Wellengang zurückgehen, damit man wieder bis zum Bunker kommt. Also bis auf den Klapperstein und den kristallisierten Schwamm habe ich jetzt eigentlich noch nichts gefunden. Und ich überlege jetzt wirklich, heute Abend nochmal herzukommen, denn man kann ja eigentlich nichts finden. Das Wasser ist viel zu sehr bis ans Cliff ran. Und es liegen hier nur diese Riesensteine. Und wenn hier mal ein schöner Seegel liegen würde, dann hat natürlich irgendein Touri den sofort gefunden. Von daher, vielleicht ist es besser, jetzt mal die Kräfte zu sparen und nachher nochmal herzukommen. So, jetzt ist es nachmittags, 15 Uhr, zweieinhalb Stunden noch, dann geht die Sonne unter. Und leider ist das nicht viel besser geworden hier mit den Wellen. Immer noch ziemlich viel. Ich werde jetzt dieselbe Strecke nochmal abgehen, wie ich vorhin schon abgegangen bin. Und vielleicht finde ich ja noch irgendwie irgendeine Kleinigkeit. Genau, wollen wir mal gucken. Also, und dann geht das auch gleich los. Und zwar das Stückchen hier. Das scheint irgendwas Zertrümmertes zu sein. Aber ich kann nicht genau sagen, ob es jetzt ein Seeigel war oder sonst was. Das nehme ich aber mal mit. Das ist ja faszinierend. Es ist auch nicht durch Beton zusammengewachsen, sondern das ist wirklich hier der Feuerstein. Cool. Oh! Jawohl! Da hätten wir ein schöner Seeigel. Von der Schale her ist der ein bisschen kaputt, aber so sieht er noch echt vollständig aus. Cool! Ja, 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 ja! Ja! Das sieht doch gut aus. Der ist auch richtig gut erhalten. Cool. Das ist Galeritis. Juhu! Ah, der ist ein bisschen angefressen. Aber trotzdem cool. Jetzt hat es nur noch Kreide gesagt. Jawohl! Oh, wunderschön. Und so kurz wieder nach dem anderen. Alter Schwede. Sieht ja richtig kreidig aus. Oh, zum Glück bin ich heute Nachmittag nochmal hergekommen. Cool. Jawohl! Und hier haben wir noch einen. Heute ist es echt ein guter Ausbeuter. Ja, der ist schon ein bisschen kaputt, aber das ist echt jammern auf Home Depot. Ey, cool. Hier haben wir schon so viele heute gefunden. Ah, hier sieht man noch so ein bisschen die Schale. Aber leider ist das Ding kaputt. Also, ich bin jetzt auch schon umgekehrt. Und dafür, dass ich jetzt heute Nachmittag nur nochmal so kurz zwei Stunden raus wollte, jetzt hier nochmal zwei relativ schöne Seeigel gefunden habe, bin ich schon zufrieden. Vielleicht finde ich auch noch was beim Rückweg. Oh, das ist oder war eine Muschel. Aber leider ist die auch schon ziemlich abgeplatzt. Da habe ich schon relativ viel bessere. Hier kann man auch schlecht aus dem Feuerstein rausarbeiten. Ja, nachdem der Rückweg jetzt mit eher mäßigem Erfolg gesegnet war, habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Jetzt wird es auch dunkel und ist auch kalt. Und ich würde jetzt zurückgehen und dann sehen wir uns bei der Auswertung wieder. Gut, dann kommen wir mal zur Auswertung. Und ich würde mal gleich starten mit dem Schwarmabdruck. Der ist ja auch auf dem Thumbnail. Also ihr seht, das ist, dieser Abdruck ist gefüllt so mit kleinen Quarzkristallen, mit so einem Quarzrasen sozusagen. Und der glitzert auch relativ gut. Also normalerweise ist es so, dass viele der Quarzkristalle abgebrochen sind oder abgeschliffen sind, einfach durch, ja, durch Außeneinwirkungen. Aber hier glitzert das eigentlich noch relativ gut. Das wird mal eine richtige Knolle wahrscheinlich gewesen sein und ist schon seit längerer Zeit aufgeschlagen. Und was noch interessant ist, in der Mitte seht ihr, das ist noch ein anderes Gestein. Ich weiß nicht genau was, aber das ist da sozusagen mit so reingewachsen. Ja, das macht diesen Fund in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Bei dem zweiten Stück, das ist auch irgendwas Fossiles und ich habe aber überhaupt keine Ahnung, was es ist. Also wenn jemand da Ahnung hat, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da für jeden Hinweis dankbar. Ich sehe eben auch kaum irgendwelche Abdrücke oder so auf diesen Schalenresten, dass ich da irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen könnte, was es ist. Der nächste Fund, das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist eigentlich ein richtig guter Seeigel. Der ist auf einer Seite ein bisschen kaputt, aber ansonsten sieht der sehr, sehr gut aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist auf der Oberseite dieser eine Riss dadurch vielleicht sogar gar kein Riss, sondern ein Abdruck, ein Spurenfossil von irgendeinem Parasiten. Der zweite Seeigel ist relativ kaputt. Da habe ich den einfach noch mitgenommen, weil die Unterseite noch relativ gut aussieht. Und ja, der ist eben kreidig und ich glaube nicht, dass der es langfristig in meine Sammlung schafft. Also der wird irgendwie eher so ein Gartenstein werden oder wird in der Haustrainage bei den anderen Steinen landen. Ja, und der nächste Stein ist auch ein Seeigel und auch nicht sonderlich gut erhalten. Es gibt manchmal so Stücke wie bei dem hier. Die nehme ich dann mit nach Hause, aber nur, um sie nochmal unter der Lupe mir anzugucken. Denn hier auf der Unterseite kann man noch sehr gut so ein bisschen das Muster erkennen. Und das habe ich mir dann mit der Lupe angeschaut. Ja, der folgende Seeigel sieht wieder richtig gut aus. Den habe ich auch ein kleines bisschen freigekratzt. Also da waren noch links und rechts Kreidereste dran. Und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht in dem Video, aber die Stellen, die ich dann freigekratzt habe, die waren eben die ganze Zeit geschützt. Und von daher gibt es dort immer noch so eine kleine noppige Oberfläche, die abgekratzt ist, wenn so ein Seeigel wirklich frei liegt. Genau, aber ansonsten gibt es da nicht sehr viel zu zu sagen. Der letzte Seeigel, den habe ich in Essigsäure gestellt. Dadurch ist die Schale abgegangen. Das Schöne an dem Seeigel ist, der ist ja in einem Feuerstein drin. Und diesen Feuerstein kann man sehr schön hinstellen. Also der passt richtig gut in die Vitrine. Ja, das war es dann schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Tour Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis denne. Ciao.